Musik 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 Wir sind nur die ersten Woche und wir haben sie gesetzt diese Organisation Organisation ist alles Beziehungsweise die Jugendliche die nicht Preisträger sind, die nicht teilgenommen haben Wir fragen wie die Personen zu dem Wettbewerb gekommen sind wie das dann war das einzureichen welche Voraussetzungen es dafür gegeben hat und wie sie dann gewonnen haben wenn sie das erste informiert haben aber natürlich auch so ein bisschen ins Detail was war jetzt wirklich notwendig dass das Projekt funktioniert hat was war hilfreich und was war was möchten die Teilnehmer eben den nächsten Teilnehmern mitgeben was wichtig ist für die Zukunft ist das ist das ist das ist das ist das das ist das